Nach Angaben des Stadtrates der unter russischem Beschuss stehenden Stadt Mariupol sind hunderte Einwohner gegen ihren Willen in Richtung Russland gebracht worden. Diese Bilder aus dem von pro-russischen Separatisten kontrollierten Donetsk zeigen Flüchtlinge in einer Schule. Zuvor hatte sich die ukrainische Regierung mit Moskau auf die Einrichtung von zehn Fluchtkorridoren geeinigt. Der Kampf um Mariupol hält an, diese Bilder des russischen Staatsfernsehens sollen einen nicht näher benannten Vorort der Stadt zeigen und die Not der Menschen, die dort leben. Auch Schakiv wurde weiter beschossen, Rettungsteams durchsuchten zuletzt Trümmer nach Überlebenden der Angriffe. Die Hauptstadt Kiew kann sich weiter verteidigen, die ukrainischen Truppen scheinen jede Möglichkeit zu nutzen, um auch zukünftige Angriffe abwehren zu können. Nach Angaben der Stadt wurden seit Beginn der russischen Invasion mindestens 228 Menschen getötet, darunter vier Kinder. Mehr als 900 Menschen seien verletzt worden. Präsident Volodymyr Zelensky sagte zuletzt, die Verhandlungen mit Russland müssten mit einem Friedensabkommen enden. Ich bin sicher, dass sie verstehen, dass die Verhandlungen nicht einfach oder angenehm sind. Aber sie sind notwendig, denn es geht um Menschenleben. Die Ukraine hat immer eine friedliche Lösung gesucht. Jetzt umso mehr. Wir zählen jeden Toten, denn uns bedeutet jede zerstörte Familie. Jedes zerbombte Haus sehr viel. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der Südosten des Landes ist bereits unter russischer Kontrolle. Die Einwohner der Stadt Odessa machten sich zuletzt auf eine russische Offensive gefasst. Die Menschen sind alle zusammengezogen. Vielen Dank.